Yo Leute, was geht ab? Ich bin's für euer JanganTV und heute seht ihr den letzten Cash Cup in Chapter 2. Ich hab ihn nochmal gezockt. Leider ging der Cash Cup nur zwei Runden, da er dann gecancelt wurde. Aus welchen Gründen auch immer. Naja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns am Ende nochmal. Tschau. Ich clip einfach. Ist mir scheißegal. Ich clip einfach. Ist gar kein Problem. Oh mein Gott, hier ist ein Lava, der direkt in den Gegend. Ja, endlich. Bist du tot? Du hast noch drei Runden, aber wir binden. Ja, egal, wir binden. Ja. Ich hab ihn, Junge! Get the fuck out! Gold ist fast easy! Weil der gefährdet ist, er wollte mich double key'n, hat aber nichts gemacht, weil er noch heute Moment, ich bin jetzt der Edge und das Leben ist ziemlich schlecht Ach komm, ich muss einmal meine Läppchen Gut, ich bin zu den, ich bin da Ich hab wirklich alles dran die Runde gewinnt, ich muss eigentlich Ich muss nicht, aber Wäre eigentlich von 5% Weißt du, dass du nicht mehr so gefährdet? Bist du tot, Leo? Nein, nein Ja, da hast du nicht gedacht Ich bin jetzt in der Luft, nice Nice, let's go Ja, das ist egal Ich fasse mal Ich bin tot an Es ist so hoch in der Luft Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot gerade eigentlich abgezündet so 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 oh oh nice oh let's fucking go okay das wird eh verschoben Digga ach Digga das ist gut du 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 du